Warum sollten die Bürger Herr Wendehals, Markus Söder auf gar keinen Fall mehr wählen? Naja, er ist wieder, ich möchte jetzt nicht sagen Lügen, er ist vielleicht ein bisschen falsch, aber Wendehals, du hast es gerade gesagt, Wendehals ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ich kann mich noch erinnern, 2011, als er mit der grünen Krawatte damals als Umweltminister gepöbelt hat, wenn zum 31.12.2022 die Kernkraftwerke nicht abgeschaltet werden. Dann tritt er hier sofort zurück und jetzt spielt er einen auf lustig und sagt, ja, die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen, wir brauchen in Bayern extra ein Kernkraftwerk. Also der belügt in dem Fall zum Beispiel die Wähler. In einem anderen Fall, vor dem letzten Landtagswahlkampf wurde er von seiner Grenzschutzpolizei gesprochen. Er wusste damals ganz genau und er weiß auch heute ganz genau, dass es nicht rechtens ist, was er damals versprochen hat und eine Grenzschutzpolizei, die drei Kilometer, vier Kilometer, fünf Kilometer im eigenen Land kontrolliert, ist keine Grenzschutzpolizei, sondern das ist mehr oder weniger irgendeine Polizei, die irgendwas anguckt und mit 200 Mann, die er damals eingestellt hat, ich weiß nicht, wollt ihr einen Grenzübergang kontrollieren oder was wollt ihr denn machen damit? Also auch so eine momentane Lüge, die er von sich gegeben hat, weil das ist eine Lüge, er hat es besser gewusst, als wie er es behauptet hat und da gibt es sehr, sehr viele solche Themen. Migration ist auch ein solches Thema, er schimpft immer zwecks der Abschiebung. Abschiebung ist übrigens Ländersache. Googelt einmal, wie weit da Bayern hinten ist unter den 16 Bundesländern unter den angeblichen Söder, sind wir nämlich im hinteren Drittel, mit Abschiebungen. Also es könnte Söder selbst machen, es könnte Aiwanger selbst machen, das machen sie nicht. Jetzt kommt er mit dem Wolf daher und will die Bauern angeblich unterstützen. Vorher hat er rettete Bienen gemacht, hat irgendein Landwirt eine Unterstützung bekommen mit dem Südostlink oder dem Südlink. Da gab es keine einzige Unterstützung. Oder mit den Donaubollern gab es nicht eine einzige Unterstützung. Jetzt, wo es zum Wahlkampf geht, jetzt würde er auf einmal daherkommen und würde die Bauern unterstützen. Also er ist halt einfach ein richtiger, wie du schon gesagt hast, Wendehals und versucht halt, die Leute mit Schönreden zu überzeugen, dass sie ihn wieder wählen sollen. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass der Wähler nicht so dumm ist und glaube, dann Söder noch ein Wort.